Guten Tag, das ist mein neuer Tanz Mama Mia, gemeinsam choreografiert mit Günther Wodlein. Ein kleiner Tanz, Spaßtanz für Absolutbeginner und Beginner. Beginn mit einem Side-Mango rechts. Rock rechts, zurück auf links, schließen, dann links tippen und klatschen. Das Gleiche nach links, Side, Rock, schließen, tippen und klatschen. Die nächsten acht, Rocking Chair, Rock vorwärts, zurück auf links, schritt rechts zurück, zurück auf links. Dann rechts vor, Point links, links vor, Point rechts. Chestbox, dritten acht, mit einer Vierteldrehung, rechts kreuzen, Vierteldrehung und links zurück, drei Uhr, rechts Seite, links vor. Dann eine Chestbox am Platz, ohne Drehung, kreuzen, zurück, Seite und links kreuzen. Die letzten acht, ein Grabbein, rechts zur Seite, hinter kreuzen, mit links, rechts Seite und mit links einen Flick behind. Das Gleiche nach links, Seite, hinter kreuzen, Seite, Flick. Auf links gibt es ein optionales Side-Mango mit ein bisschen Flamenco-Feeling, wie er mag. Die rechte Hand ist auf Bauchhöhe, die linke Hand über den Kopf, nach rechts schauen und schicken und flicken. Ja, das ist sie, ah, drei, vier und das Gleiche dann, fünf, sechs, sieben Seitenverkehr, acht. Optional, wer Lust hat, das zu probieren. Wie kann es jetzt sehen? Side-Mango, eins, zwei, drei Klatschen, vier, fünf, sechs, sieben Klatschen, acht. Rocking Chair, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Chestbox, point up, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und Grapevine, eins, zwei, drei, fünf, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und von vorne beginnen, eins, zwei, drei, vier. Das ist Marmarilia, ein kleiner Spaß-Tanz für die Beginner. Wir hoffen, ihr habt Spaß, sondern danke fürs Zuschauen. Tschüss, baba.